Musik Also müssen wir nicht nachmachen So Ok Dann wollen wir mal Jetzt haben wir hier so Vielleicht irgendwas Spannendes Ja, nein, vielleicht Ich guck mal kurz nochmal in Stream rein Buh, was war das denn jetzt für eine dumme Idee Ich guck nochmal kurz in den Dings rein Ähm Hier sind coole Songs Viel Spaß bei Zuhörern mit der Musik Und die Spiele sehen Guck weiter, wie du spielst Achso, alles klar Äh, die Musik kann ich leider nicht anmachen Da Jost hast du Skype Ich habe Skype, ich nutze Skype aber nicht Ich mach mal ganz kurz wieder den Tink wieder Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das in den Space sehen könnt Wenn ich so Fenster aktiviere, aber eigentlich doch, wie ihr das nicht sehen könnt Connected Das habt ihr aber gehört Channel switched Ähm, ich kann die Musik, die du mir schickst Leider jetzt nicht anmachen Ich kann die gerne nachher wieder ins Clash of Glam Stream machen Vielleicht mach ich noch nochmal ein, ich weiß es nicht, kann es nicht sagen Ähm Aber, äh, im Minecraft Stream habe ich ja bestimmte Auflagen Von Musik, die ich erfüllen muss, da das ja auf YouTube hochkommt Das wird ja dann zum Let's Play später Also es ist ein Let's Play Aber ich schüm's halt nebenbei Ähm Darum kann ich nicht einfach irgendwelche Musik aus YouTube machen Deswegen, äh, kann ich mir das gerne nachher anhören Lieber Crisis aber danach Also, naja Danach, weißt du, danach So Lalalalalalalala Soll ich vielleicht mal drüber, drüber nachdenken Dass ich mir so ne So nen Nightbot hole Dann später für nen Stream Das kommt sicher gut Das kommt sicher sehr gut Ich find zu wenig Kristalle, äh, Diamanten Das ist unklar Meine Map enttäuscht mich gerade Getschwerdeutscht Naja, ich bin gespannt, weil Wenn man... Eigentlich geil Wenn man mal so ein bisschen so Oh mein Gott, ich könnte keine Diamanten finden Was passiert, wenn ich keine Diamanten finde? Das ist eigentlich ein geiles Gefühl, muss ich gestehen Einfach mal dieses Es könnte passieren, dass du mal knapp bei Kasse bist Das Es gehört einfach zu so nem Spiel dazu Und das ist bei Minecraft meiner Meinung nach Ganz schön krass abhandengekommen Dieses Gefühl Hä? Das hab ich mir da als Homework hier Das sieht schon ziemlich nah aus Ich bin aber gespannt wo ich überhaupt bin Ich habe ja da kein Plastischimmer mehr, wo ich überhaupt gestrandet bin. Hier haben wir noch ein bisschen Silber. Jetzt grab ich mal hier lang. Ich habe keine Ahnung, wo ich gestrandet bin. Da seht ihr alles sehr verwirrend aus. Wo bin ich? Ich bin hier. Und nicht so weit bin ich noch gar nicht zu Hause. Ich habe eine Menge komischer Tunnel schon gekraten. Äh, so mach ich mal weg. Okay, mal schauen wo wir rauskommen. Ich gehe mal noch ans Tiefer. Für eine genaue Wahrscheinlichkeit auf Diamanten. Aber... Huch! Die ist gerade ein bisschen, ähm... Die Wahrscheinlichkeit Diamanten zu finden ist gerade sehr unwahrscheinlich. Ich weiß tatsächlich, was der Grund dafür ist, aber... Es scheint so. Denn ich finde keine. So... Haben wir denn hier noch was? Nein. Ich muss allerdings dann gleich mal eine Aufnahmepause machen, weil... Und das wird jetzt einige sehr wundern. Es gibt hier feste Essenszeiten. In dem Laden, wo ich arbeite. Gegen 18 Uhr ist eigentlich eine feste Essenszeit, deswegen werde ich gleich mal eine Aufnahme machen müssen. Eine Pause machen müssen. Und mal hoch schnicken müssen, was essen werden. Und dann komme ich wieder runter und dann... Äh... Geht's weiter. Auf jeden Fall. Ja, deswegen kann ich schon mal die erste Folge von morgen rendern. Und kann sie hochladen. Auch nicht schlecht. Gibt's morgen vielleicht eine extra fette Folge. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen eine große Folge raus habe. Oder ob ich erstmal gucke, ob die das mit dem Hochladen genau funktioniert. Also, muss ja gucken, ob es zeitmäßig alles klappt und so. Das ist, weil jetzt habe ich mir auf den... Schutz gesappert. Das ist super geil. Ähm... Ich muss halt gucken, ob das so hinhaut vom Aufnehmen und allem und ja... Und bla... Und wichtige Dinge, die keiner versteht außer mir. Das ist die Hülle, wo ich vorhin drin war. Okay. Hier bin ich also wieder. Hier stehe ich also nun. Alleine. Gestrandet. Und das dann nach einem Endermahn. Oha, okay. Aufpassen, dass ich dich angucke. Ich habe jetzt keinen Bock, mit dem Endermahn zu kämpfen. Die Perle könnte ich jetzt so oder so nicht mitnehmen. Also, warum auf Haarstreifen die Kämpfe einlassen? Ist das gerade Gold gewesen? Ich bin mir nicht sicher. Glaube nicht. Aber... Ach ja, guck. Das ist halt ziemlich von da hinten. Sie lässt sogar einen Bogen fallen. So. Ich habe jetzt auch gar keine Themen. Ich bin... Ich bin so aufgeregt heute, weil ich Internet... Und ich habe endlich alles wieder... Beim Alten ist sozusagen bei mir. Dass ich... Ich bin schon... Seitdem ich Internet habe, bin ich sehr verwirrt heute. Muss ich gestehen. Ja, ich bin sehr verwirrt seitdem. Ich bin schon... was für die Welt... Ich bin... You hear's vielleicht. Oh, so ist denn... Stop, 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 stop. So, schön absichern, wir machen mal ganz kurz einen Waypoint, Add, Spawner, Zombie, okay, den machen wir aber aus, genau, den, und was haben wir denn hier, das sieht eigentlich ganz gut aus, das kann ich alles nicht mitnehmen, hey, ich nehme mal einen Sattel mit, und dann lassen wir noch Kohle hier, und nehmen doch einen Sattel mit, das ist nicht so wichtig, aber Sette sind doch schon recht wichtig, für die Pferdezucht, die wir vorhaben, groß aufzuziehen, ganz große Sache, aber das ist ganz großes Kino, ähm, So, wo ich schweiß, schweiß ich nochdim 하�building, angeworfen, oder sodem ich noch nicht alleide verraten Ach, das Boarder oben drüber, das ist da Egal, machen wir es halt so So Dann jetzt hier Und dann geht es hier rüber Und dann geht es hier runter Und dann sind wir wieder auf Diamantenebene und hoffen, dass wir immer noch ein paar Diamanten bekommen Ich schaue noch mal ganz kurz, was sich hier so tut Ähm Ding Hast du Sky, war der letzte Eintrag, da ist auch nichts anderes dazu gekommen Die Leute sind halt alle ein bisschen redefaul Ich weiß gar nicht wie viel Wir haben nur zwei Zuschauer, ja Minecraft ist halt nicht so gefragt auf Twitch Das könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach für Minecraft die falsche Zuschauergruppe habe Das kann ich nicht sagen Das weiß ich nicht Auch da kann ich gar nicht so sagen, ob ich da Oder vielleicht bin ich bei Minecraft auch einfach so ein bisschen zu langweilig So ein bisschen zu viel Gerede So ein bisschen weniger Action Ich singen will weniger und so Ich weiß es nicht So So ein bisschen weniger da hingegen so viel neuer soll jetzt gibt es auch schon seit zwei jahren jetzt oder wir haben es auch schon ganz schön weiter dabei die ganz schöne wahl dabei du dir das war eine fleuch das tut mir leid das wollte ich nicht kopieren es tut mir leid lieber der macht jetzt auch so so film zeug mit wenn er macht sowieso immer film aber ich meine somit mit 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 seiner sparkkrankenkasse irgendwie macht er jetzt irgendwie so ein lebensfilm oder sowas sieht man ja überall sie sieht man sogar auf das sieht man sogar im fernsehen dass die lebensfilme zu gefreut machen das ist krass da hast du es erreicht aber der floh ist auch so einer den gönnt man das gerne denkt man sich so der hat erreicht der hat auch ein stadt ist ein typ der hat es erreicht ja die krank und sarah zahri ich frage mich wann honeyball mal durch startet so richtig durch startet also dies war auch berühmt und jeder kennt sie und ja hier kennt sie halt aber so richtig durch starten so mit fernsehen und so das freut mich weil da so und da so der der schalter so weiß bescheid so umgelegt wird so man da umgelegt wird da freil mich aber wenn man da umgelegt wird das ist so ein rätsel das kann ja nicht sein dass ich kein einziges diamanten finde da bricht so viel scheiß oder wie muss hier was intelligentes labern also a² minus b² ist gleich c² mal das ist richtig a² mal b² oh look dis i found some diamonds ich glaube es war richtig was ich gesagt habe ich glaube das Pythagoras war das also wenn ich etwas falsch gemacht habe und du gerade zuschaust und weißt wie er richtig heißt ich glaube da war noch irgendeine wurzel dabei ich glaube es war a² mal b² durch 2 oder was ich weiß es nicht mehr boah ewig her 17 hammer ich gebe mich nicht zufrieden ich muss wohl mehr intelligente sachen sagen ok ok dass mich alles ausgraben was ich weiß 1 bis 2 ist mindestens 3 ok das hat die höhlen glaube ich nicht so beeindruckt ähm 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 also den flächeninhalt eines 4x berechnet man mit a mal b mal zwei also zweimal klamour auf a plus b b also b b Vielen Dank.